Das macht so einen angestrengten Eindruck, ne? Das ist schon sauer. Meine Limone, du frecher. Ah, der will keine Zitrone. Das ist eine Zitrone. Kannst du den? Ja, natürlich. Nicht mein... Scheiße. Das ist sauer. Guck dir den an. Mann ey. Und er hat meine Limone genommen. Und er ist ziemlich... Er ist so nasty, er hat meine Limone genommen. Er ist nicht so afraid. Nein. Und dann er hat seine Bottle. Was ist das? Was ist das? Pff! 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 You are nasty! Der ist frech? Ja! Pff! Jetzt verstehe ich die Siegfried, warum die gesagt hat, sie werden die Pes. Hahahaha